Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 41 mittlerweile und ich hoffe, wie immer, dass ihr eine wunderschöne Woche hattet und dass ihr die letzten Tage des, naja, sagen wir mal Herbsts so richtig genießen konntet, denn jetzt, jetzt steht der Winter vor der Tür, die Ski stehen beim Service und man wartet eigentlich nur noch drauf, dass diese Übergangszeit dann bald vorbeigeht, denn jetzt kommt er wirklich, der Winter, der Schnee auch in den mittleren Gebirgslagen. Ich bin schon sehr gespannt, was die heurige Skisaison so mit sich bringt und ja, tatsächlich ist es so, dass es dieses Jahr irgendwie verhältnismäßig früh mit sehr großen Schneemassen losgeht, aber man darf nicht vergessen, schon am 29. September letztes Jahr hatten wir sehr winterliche Bedingungen mit sehr viel Schnee in den Bergen, Also in Wirklichkeit kann man sagen, dass wir uns heuer oder dieses Jahr eben eine sehr gute Saison, sagen wir mal, erarbeitet haben. Naja, wir haben jedenfalls etwas Glück gehabt und deswegen können wir uns jetzt eigentlich freuen, dass diese Saison auch zu Ende geht und ein neuer Abschnitt im Jahr anbricht, ein Abschnitt mit viel Skitouren, mit viel Skifahren, mit viel Eisklettern und so weiter. Naja, sprechen wir heute über einen Berg. Ein Berg, der wie ihr im Titel schon lesen konntet, Manaslu heißt. Eigentlich fast passend zum Wetter, denn auf dem liegt in der Regel auch sehr viel Schnee. Aber wahrscheinlich eher aus anderen Gründen und nicht nur, weil der Winter kommt. Er ist einer der 14 Achttausender und ist 8163 Meter hoch. Er ist damit auch der achthöchste Berg der Erde. Außerdem ist er eigentlich gar nicht mal so unbekannt, denn tatsächlich ist er auch sehr gefährlich. Der Manaslu fordert regelmäßig Todesopfer, auch diverse europäische Bergsteiger mussten am Manaslu schon ihr Leben lassen. Der Manaslu ist also geprägt voller Geschichten. So sehr, dass sogar Hans Kammerlander, der berühmte österreichische Bergsteiger, einen Film zum Manaslu drehen konnte. 2018 erschien der und der hieß Manaslu Berg der Seelen. Auch er verlor diverse Kollegen und Bergsteiger auf diesem Berg. Der Manaslu steht also als einer der größten, höchsten Berge der Welt in Nepal. Und zu diesem Massiv, das der Manaslu bildet, da zählen natürlich auch noch ganz viele andere sehr spannende Berge. Der Himalchuli, der Ngadi-Chuli, das sind alles Berge, die unfassbar hoch und ausladend sind. Und das macht den Manaslu als den höchsten dieser Gebirgskette natürlich dann auch nochmal besonders interessant. Aber, worauf ich hier mal kurz hinaus will, er ist definitiv kein einfacher Berg. Jeder Mensch, der es schafft, auf dem Manaslu zu stehen, hat definitiv höchsten Respekt aus der Bergsteiger-Szene verdient. Denn er ist unfassbar schwer zu besteigen. Ist vielleicht jetzt kein K2 oder kein Kang-Jeng-Jonga, aber definitiv einer der schwereren. Und gerade dadurch, dass er ein 8000 Meter hoher Berg ist, ist er ohnehin schon mal definitiv eine große Herausforderung. Spannend ist der Manaslu auch aus einer anderen Hinsicht heraus. Wer sich näher mit dem Berg und vor allen Dingen mit der Route beschäftigt, wird erfahren oder wissen, dass es diverse Gipfel gibt, unter Anführungszeichen, aber vor allen Dingen diverse Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt bei den Gipfeln den richtigen Manaslu, den Hauptgipfel, mit 8163 Metern Höhe. Es gibt aber auch den Manaslu Ost und den Manaslu Nord, die deutlich kleiner sind. Interessant ist deshalb natürlich der Hauptgipfel des Manaslu. Der Manaslu Hauptgipfel teilt sich aber ebenfalls nochmal in einen eigentlichen Hauptgipfel und in einen sogenannten Vorpeak, den Vorgipfel. Der Vorgipfel des Manaslu, der endet vielleicht so um die 100 Meter vor dem eigentlichen Hauptgipfel, ist aber nochmal ein ganzes Eck niedriger. Natürlich ist man da auch schon weit über 8000 Meter, aber grundsätzlich ist er tiefer und das kann man auch auf der Karte sehr deutlich erkennen. Es gibt auch diverse Bilder von diesem Sachverhalt, man muss einfach nochmal ein bisschen drumherum googeln. Es gibt mittlerweile seit kurzem ja auch Drohnenaufnahmen vom Gipfel, direkt vom Gipfel mit dem höchsten Drohnenflug der Welt. Also diese Scheißteile haben es mittlerweile auch auf über 8000 Meter geschafft, bin ich froh. Naja, wie auch immer. Aber jedenfalls kann man das da auch sehr gut erkennen und man sieht also auf diesen Bildern, wenn man sich das jetzt mal, ich versuche euch jetzt mal so ein kurzes Bild zu malen, für alle Leute, die hier gerne mal beim Autofahren zuhören. Wir haben diesen Gipfel, der eine sehr, sehr, also generell den gesamten Hauptgipfel, der bildet einen sehr, sehr schmalen Kamm, eine Art Grat, der teilweise sehr stark überwächtet ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr spitz zuläuft. Aber der Vorgipfel, der endet mit Fixsein, also quasi da geht man sozusagen wie auf der Autobahn hoch und dann steht man eben auf diesem Vorgipfel. Bis zu diesem Punkt ist die Route noch zwar sehr steil, aber sehr breit. Es ist eigentlich relativ unmöglich, gerade mit den Fixseilen hier großartig zu verunglücken. Anders sieht das aber wieder beim Hauptgipfel aus. Der Hauptgipfel befindet sich eben etwas dahinter, das heißt die Fixseile enden am Vorgipfel und dann sieht man vom Vorgipfel rüber auf den Hauptgipfel, da könnte man fast schon rüber spucken. Das Problem ist aber, dass hier der Grat, diese Ridge, die da nach oben führt, die ist unfassbar schmal. Also es geht hier wirklich um Zentimeter. Da wird jedes Schnee, jeder Schneeflocke bleibt da kleben und bildet eben so eine ganz, ganz ausladende, extrem gefährliche Spitze. Spannend ist das deshalb, weil das natürlich dadurch, dass es so ausladend wirkt, kaum dazu einlädt, den Hauptgipfel wirklich zu besteigen. Es gibt eine Möglichkeit, den Hauptgipfel zu besteigen und zwar verläuft das dann so, man hat ja links und rechts einen extrem abschüssigen, gefährlichen Kampf und man steigt dann sozusagen vom Vorgipfel, wenn man auf den Hauptgipfel schaut, rechts in eine steile Eis- und Schneeflanke ein. Die ist in der Regel eben verfirrt in den Seasons und da kann man dann quasi so rüber traversieren und dann unter dem Hauptgipfel geht man dann gerade schnurstarks hoch. Keine Fixseile und Absicherung nur begrenzt möglich. Vor allen Dingen, der Rückweg ist hier dann natürlich extrem anspruchsvoll und vor allen Dingen eben extrem gefährlich. Warum ist das alles interessant? Warum erzähle ich euch das so im Detail? Naja, der Manaslu ist eben durch seine 8000 Meter ein interessantes Ziel für Gipfelsammler über den 8000 Metern geworden. Sie wollen eben alle 14.8000er bestiegen haben und da steht eben der Manaslu auf dieser Liste drauf. Leider ist es so, dass die meisten 14.8000er Besteigungen heute eben über die Normalwege verlaufen und eben immer über den einfachsten Weg, über die Piste, die vorher präpariert wird und die eben vorher vorbereitet wird mit Fixseilen und Leitern und so weiter. So auch eben am Manaslu. Der Manaslu bringt hier nochmal eine besondere Eigenheit mit, denn plötzlich haben wir eben die Fixseile, die bis zum Vorgipfel gehen und dann endet das hier und das ist der offizielle Vorgipfel und die meisten Leute stehen dann völlig erschöpft, um Luft ringend, wobei das nicht ganz so stimmt durch die, durch den ganzen Flaschen Sauerstoff da oben, stehen dann da oben, schauen zum Hauptgipfel rüber und gehen aber nicht weiter. Und das ist wahrscheinlich auch eine vernünftige Entscheidung, denn gerade wenn man die ganze Zeit am Fixseil aufgestiegen ist, dann hat man es wahrscheinlich auch notwendig, dieses zu verwenden. Und jetzt ist man in einer Situation, die um ein Vielfaches anspruchsvoller ist als eine durchschnittliche alpine Begehung eines jeden Berges hier in den Alpen und dann auch noch ohne die Fixseile, die man bis jetzt genutzt hat, obwohl man oder viele bereits mit den Fixseilen schon vollkommen überfordert waren. Jetzt steht man also da oben und will eigentlich nicht weitergehen, man macht aber trotzdem ein Foto, denn man ist am Vorgipfel gestanden. Und es gibt leider, und das ist die Mehrzahl der Besteigungen, eben diesen Trend dazu, dass man sich eben dann am Vorgipfel stellt und dann da sagt, man war oben am Manaslu. Und das sind eben die meisten Leute, die auf den Manaslu gehen, die drehen eigentlich fast alle am Vorgipfel um, denn da enden die Fixseile und damit endet da sozusagen auch ihre Reise, denn mehr als Fixseile kennt man ja bei einer Expedition, bei einer klassischen leider nicht mehr. Aber das ist eben so dieser Weg, den die meisten Leute wählen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Für mich persönlich bedeutet das, diese Menschen haben den Berg einfach nicht zu Ende bestiegen. Sie haben ihn bestiegen, aber eben nicht bis zum Gipfel. Sie waren auf einem Zwischenziel und das war's. Das ist für mich die harte Wahrheit. So würde ich meine eigene Besteigung des Manaslu, falls ich ihn mal jemals besteigen möchte, auch bewerten. Für mich ist das quasi nicht das Ziel erreicht, denn mein Ziel ist ja der Gipfel und nicht irgendein Vorgipfel. Wenn ich auf einen Berg gehe, dann setze ich mir das Ziel, ihn zu besteigen und ganz nach oben zu kommen. Und wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, dann habe ich es auch nicht erreicht und habe den Gipfel dementsprechend auch nicht besteigen können. Ich habe trotzdem ein großartiges Abenteuer eventuell erlebt. Ich habe trotzdem viele Erfahrungen gesammelt und viel gelernt und vor allen Dingen auch viel über meine körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeiten erfahren. Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass ich einfach versagt habe, denn ich habe den Gipfel eben nicht erreicht. Doch das unterscheidet mich und die meisten anderen ehrlichen Bergsteiger, die ich kenne, von den meisten Leuten, die den Manaslu besteigen. Denn die posten dann ganz stolz in Social Media Profilen, auf Instagram oder Facebook, dass sie am Manaslu oben waren und den Gipfel erreicht haben. Dabei haben sie nur den Vorgipfel erreicht. Sie posten also dann Fotos in eine Perspektive fotografiert, sodass man nicht sehen kann, ob sie tatsächlich am höchsten Punkt stehen. Sie fotografieren die Bilder ganz bewusst so, dass man quasi das Gefühl hat, dass sie am höchsten Punkt stehen. Denn dadurch, dass es immer schmäler zulaufend wird, dieser Grad, kann man relativ leicht mit der Kamera nach links oder rechts schwenken und sieht dementsprechend nichts Höheres als den Manaslu. Aber tatsächlich würde man in der Kamera in die richtige Richtung zeigen, dann wäre da noch ein ganz schön ordentliches Stück Berg. Das ist für mich persönlich nicht verwerflich, wie gesagt, zu sagen, ich drehe auf einem Vorgipfel um, denn die Schose wird mir hier einfach zu heiß. Verwerflich wird es für mich persönlich an dem Punkt, an dem die Menschen sagen, sie waren auf dem Gipfel des Manaslus. Nicht, weil ich es ihnen nicht gönnen würde oder sonst was, sondern es ist Betrug meiner Meinung nach. Aber das ist nicht der Grund, warum ich es so absurd finde, sondern absurd ist es auch deshalb, weil sie sich ja nicht nur, nicht nur mich betrügen als einen Außenstehenden, dem das jetzt ja per se scheißegal ist, ob er glaubt, dass er Manaslu war oder nicht, sondern vor allen Dingen sich selber. Und da bringt das für mich alles eine sehr, ja vielleicht fast schon philosophische Frage hinein. Wann ist eigentlich eine Besteigung oder die Besteigung eines x-beliebigen Berges für mich persönlich eigentlich ein Erfolg gewesen? Ist es erfolgreich gewesen, wenn ich oben war? Oder bin ich erfolgreich, wenn ich alles erlebt habe, was ich erleben wollte? Wenn ich den Gipfel ursprünglich erleben wollte, aber auf der Reise, auf dem Abenteuer sehe, dass der Gipfel für mich nicht das Wichtigste ist, sondern das Erlebnis, war ich dann rückwirkend auch erfolgreich oder nicht? Und was bedeutet das eigentlich für mich selber, wenn ich die Masse und meine Angehörigen, aber auch mein restliches Umfeld anlüge, wenn ich sage, dass ich auf dem Manaslu war, aber eigentlich gar nicht auf dem Manaslu war? Das Ganze müsste man auch nicht in so abstrakte Welten oder für viele abstrakte Welten wie den Manaslu, die Achttausender bringen. Man kann das Ganze auch deutlich reduzieren auf einen Berg, der vielleicht deutlich trivialer ist und sagen, warum sagen eigentlich Leute, die auf die Zugspitze gehen, dass sie auf der Zugspitze waren, obwohl sie beim Gatterl umgedreht haben? Oder wieso sagen Leute, dass sie auf dem Großglockner waren, wenn sie eigentlich am Kleinglockner umgedreht haben, weil der Großglockner ihnen dann zu heikel war? Das alles ist nicht verwerflich, also die Tatsache, dass sie umgedreht haben, die Tatsache, dass es ihnen zu heikel wurde. Verwerflich wird es erst ab dem Punkt, an dem sie sagen, dass sie ein Ziel erreicht haben, das sie gar nicht erreicht haben, dass sie mit etwas prahlen und protzen, das eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Das alles hat nämlich die Form des Betrugs und im Prinzip oder im Kern des Ganzen ist es das auch. Aber sie betrügen keinen Menschen und sehen damit auch nicht diese Notwendigkeit der Ehrlichkeit. Wenn ich dir etwas wegnehme und es dir nicht verrate, dann betrüge ich dich um etwas, dann bestehle ich dich und das alles hast du als Schaden zu verbuchen. Das alles ist für dich, mehr oder weniger, je nachdem worum es sich handelt, ein Schaden und natürlich auch eine Verletzung des Vertrauens. Aber der materielle Schaden, der fehlt selbstverständlich, wenn wir in Wirklichkeit nur jemandem etwas erzählen, was einfach gar nicht so passiert ist. Er wird es auch nicht tatsächlich überprüfen können. Doch viele Menschen, und da bin ich sehr froh, dass es die gibt, die sind natürlich sehr interessiert an Beweisen. Viele Extrembergsteiger beispielsweise sind immer sehr skeptisch, denn sie kennen die Herausforderungen und die Probleme, die mit einer solchen Besteigung einhergehen. Sie wissen, was es braucht an Qualitäten eines Bergsteigers, aber auch an Umständen, die vor Ort am Berg herrschen müssen, damit man tatsächlich den Gipfel erreichen kann. Und viele Extrembergsteiger wissen daher auch, dass es nicht jeder kann und vor allen Dingen nicht die unbekanntesten Namen, die zuvor vielleicht gar keine spannenden Gipfel bestiegen haben oder gar keine alpinistischen Leistungen vorweisen konnten. Wenn diese behaupten, dass sie auf dem Manaslu-Hauptgipfel gestanden sind, dann werden viele Experten quasi skeptisch und wollen dann eben einen eindeutigen Beweis. Der eindeutige Beweis aber, der bleibt meist aus, denn der eindeutige Beweis, dass sie auf dem Gipfel waren, der würde daraus bestehen, dass man im Hintergrund eben das sieht, was man nur dann sehen würde, wenn man eben auf dem Hauptgipfel steht und nicht auf dem Vorgipfel. Denn natürlich, egal wie schmal dieser Grad bis zum Hauptgipfel vom Vorgipfel auf den Hauptgipfel ist, er verdeckt etwas in der Aussicht, er verdeckt etwas in der Perspektive, dass man vom Hauptgipfel aus sehen würde. Und solange man das im Hintergrund nicht erkennen kann oder sehen kann, ist davon auszugehen, dass es sich hierbei nicht um das Foto vom Gipfel handelt. Es bedeutet natürlich nicht, dass diese Person nicht auf dem Hauptgipfel war, aber da kommen wir jetzt zu einem brisanten Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Shiroze Kashif, der Pakistani, der war nämlich vor kurzem auf dem Manaslu. Sein Projekt ist es, alle 14 Achttausender zu besteigen, er hat also vor, was sehr viele Menschen vorhaben. Er macht das Ganze nicht im Alpin-Stil, sondern ebenfalls im Stil ganz groß angelegter Expeditionen. Er präsentiert sich aber in den sozialen Medien als ein Extrembergsteiger, als ein Bergsteiger, der nicht einer von vielen ist, sondern etwas ganz, ganz Besonderes. Und das sei ihm nicht genommen. Er darf sich inszenieren und präsentieren, wie er das möchte. Ich bin mir auch sicher anhand seiner Social Media Profile, dass er sehr davon überzeugt ist, wie er die Berge besteigt. Fakt ist aber, dass er nicht am Manaslu war. Man sieht auf den Bildern, die er bei Social Media, gerade bei Facebook gepostet hat, dass er eben nicht am Manaslu war, sondern nur auf dem Vorgipfel. Ich bleibe dabei und ich möchte das hier nochmal betonen, denn ich habe zu meinem Video am K2 oder zu meiner Podcast-Episode zum K2 sehr, sehr viel Kritik geerntet. Deswegen möchte ich das hier nochmal unterstreichen. Den Vorgipfel des Manaslus zu erreichen, ist keine schlechte Leistung. Den Vorgipfel des Manaslus zu erreichen, ist definitiv nichts Beschämendes. Es ist einfach nur nicht der Hauptgipfel. Er aber maßt es sich an, zu behaupten, dass er auf dem Summit stand. Dass er die 14 Achttausender besteigt und damit den Manaslu also auch schon bestiegen hat. Das hat er aber meiner Meinung nach nicht. Es handelt sich hierbei also um eine bewusste Irreführung, letztlich um Betrug. Dass er die Menschen und vor allen Dingen seine Social Media Follower betrügt, das wird ihm wahrscheinlich bewusst sein. Er weiß ganz genau, dass er nicht auf dem Hauptgipfel war. Seine Social Media Follower wissen das aber anhand der Kommentare nicht. Kritische Kommentare werden grundsätzlich gelöscht. Das ist eine Art und eigentlich ist es eine Unart, die man mittlerweile immer öfter in den sozialen Medien findet. Man würde ja immer öfter drauf kommen, dass viele Dinge, die so passieren oder die so inszeniert werden, eigentlich nie passiert sind. Dass es viele Dinge gibt, die einfach nur dargestellt sind. Dass viele Menschen sich eigentlich nur als Schauspieler präsentieren, als eine Rolle und die wird mit allen Mitteln, die einem möglich sind, dann nochmal verstärkt. Der hier genannte Bergsteiger, der Scheroze Kashif, er ist sicher kein schlechter Bergsteiger, aber er war eben nicht gut genug, den Hauptgipfel zu erreichen. Die Bedingungen waren gut, das erkennt man auf seinen Bildern und es wäre auch möglich gewesen. Aber das alles sollte ich, möchte ich hier auch gar nicht kritisieren. Es war einfach eben ihm zu steil, zu hoch oder zu gefährlich und das ist absolut in Ordnung. Das wäre es mir vielleicht heute auch. Darum geht es aber auch überhaupt nicht. Es geht darum, dass er etwas Falsches behauptet und er sich aber eigentlich damit nur in eine Masse an Menschen einreiht, die genau das gleiche tun. Er ist nicht das große Problem. Kashif ist nicht der Ursprung der ganzen Debatte, die darum ausgebrochen ist, sondern in Wirklichkeit ist er nur ein einziges kleines Teil in einem großen Puzzle des Betrugs und der Inszenierung. Gerade auf den Hohenbergen findet das natürlich gerne statt, denn diese Expeditionen kosten unfassbar viel Geld, kosten unfassbar viel Zeit. Die Logistik drumherum ist extrem schwierig und wenn man dann schon mal da oben ist und gerade so ganz kurz vorm Gipfel, dann ist natürlich die Verlockung groß, dass man behauptet, am Gipfel gewesen zu sein. Fast alles spricht dafür und es ließe sich kaum beweisen, dass man das eben alles inszeniert hat oder gefakt hat. Dass hier eine gewisse Böswilligkeit seitens Kashif vorliegt, das kann man leider beweisen. Auf seinem Bild, auf dem er 14 Peak Expedition in die Luft hält, so eine kleine Fahne, da verdeckt er ganz bewusst den Hauptgipfel. Er steht hier an einer Position, die absolut ungeeignet ist für ein Foto. In Wirklichkeit ist das kompletter Schwachsinn da zu stehen, wo er eben steht. Und er will sich aber eben genauso positionieren und er krümmt sich auch genauso hin, damit man den kompletten Gipfelaufbau hinter ihm nicht erkennen kann. Das ist bewusste Irreführung und Betrug. All das könnte man natürlich einordnen als irrelevant. Was interessiert es mich, ob jemand betrügt oder ob jemand irgendwas falsch darstellt. Aber es ist eigentlich eine grundsätzliche menschliche Frage, ob wir hier eigentlich nicht etwas ganz, ganz Schreckliches tun. Wir belügen uns selber und wir belügen andere Menschen. Wir spielen Menschen etwas vor, was so gar nicht passiert ist. All das könnte ich persönlich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Bevor ich etwas Falsches sage, schweige ich lieber. Ich möchte niemanden bewusst in die Irre führen, denn ich weiß nie, was für Konsequenzen das tatsächlich für die andere Person hätte. Vielleicht geht jemand, der ihn vielleicht gut kennt oder der ihn verfolgt, jetzt auch auf den Manaslu, weil er sieht, er hat es auch geschafft und ich bin ebenfalls so fit, ich möchte das auch machen. Das alles ist irgendwie doch zusammenhängend und gleichzeitig auch nicht. Ich könnte mich natürlich fragen, warum mich das interessiert, weil ich meine, der Manaslu interessiert mich gerade nicht. Der Mann aus Pakistan interessiert mich gerade nicht. Und die hunderten Bergsteiger, die es genauso machen wie er, interessieren mich eigentlich auch nicht. Es interessiert mich mehr aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Wir sind als Gesellschaft nicht verpflichtet, immer die Wahrheit zu sagen. Wir sind auch nicht verpflichtet, immer überall die vollen Informationen rauszurücken. Wir sind nicht dazu verpflichtet, mit unseren Faktenlagen hausieren zu gehen. Wir sind auch nicht dazu verpflichtet, immer alles offen zu legen. Verpflichtet sind wir eigentlich nur gegenüber uns selbst, immer ehrlich zu sein und uns letztlich in den Spiegel schauen zu können und sagen zu können, dass das, was wir gemacht haben, ehrlich war und wir darauf stolz sind. Wenn wir das aber nicht können, dann frage ich mich persönlich, wo eigentlich der Sinn hinter der einhergehenden Aktion oder der vorhergehenden Aktion lag, dass man sich selbst so belügt, dass man dann letztlich nicht mehr vor dem Spiegel stehen kann, denn man hat hier tatsächlich ein Verbrechen an sich selbst begangen. Für mich persönlich stellt sich die Frage, was würde ich tun, wenn ich auf dem Manaslu am Vorgipfel stehen würde, auf den Hauptgipfel rüberschaue und sehe, dass es mir zu schwer, zu anspruchsvoll ist oder ich einfach zu müde bin? Würde ich mich auch umdrehen und einfach da hier eine Flagge in die Luft halten und sagen, ich war am Gipfel? Würde ich auch in den sozialen Medien posten, dass ich auf dem Hauptgipfel war, dass ich das Ziel erreicht habe, obwohl eigentlich insgeheim mein Ziel nicht der Vorgipfel, sondern der Hauptgipfel war? Wie gesagt, das alles klingt sehr abstrakt, denn es ist der Manaslu, es ist sehr weit weg. Er ist 8000 Meter hoch und er ist natürlich besonders schwer. Und wie gesagt, er ist kein schlechter Alpinist deswegen und auch die anderen 100 Leute, die da hochsteigen, sind keine schlechten Bergsteiger, nur weil sie nicht auf dem Hauptgipfel waren. Sie haben lediglich den höchsten Punkt nicht erreicht. Sie haben den Gipfel nicht erreicht. Viele dieser Bergsteiger argumentieren am Ende des Tages aber, was ist denn überhaupt der Gipfel? Ist es nicht ausreichend, wenn ich auf dem wenige Meter niedrigeren Vorgipfel war? Ist das nicht auch schon ein Gipfel? War ich nicht auf dem Summit? Ich würde selbst sagen, nein, ich war definitiv nicht auf dem Gipfel. Der Gipfel ist für mich der höchste Punkt und alles drumherum ist für mich eben der Berg. Aber einen Vorgipfel gibt es für mich nur aus einer geometrischen oder geologischen Perspektive. Aus einer Form heraus. Wenn ich auf eine Karte schaue, dann habe ich eben einen Vorgipfel, vielleicht ein Plateau, eine Ledge, da stehe ich vor dem Gipfel. Aber eben der Vorgipfel als Wort ergibt schon, dass ich eben nicht auf dem Gipfel stehe und dass ich eben damit mich dann auch nicht brüsten kann. Die Frage, die ich mir also stelle ist, wie würde ich in dieser Situation damit umgehen? Ich werde jedenfalls umkehren, denn ich möchte ja nicht mein Leben riskieren. Das möchten die wenigsten Bergsteiger, die auf diesen Gipfel gehen. Mingma Sherpa beispielsweise, der ging tatsächlich auf den Hauptgipfel und sein 19-jähriger Bruder ging vor kurzem ebenfalls auf den Hauptgipfel. Sie haben ein Foto, das eindeutig belegt, dass sie auf dem Hauptgipfel waren. Das alles ist definitiv eine deutlich größere Leistung als das, was alle anderen Bergsteiger machen, die auf dem Vorgipfel umdrehen. Aber es ist vor allen Dingen auch moralisch die zehnmal größere Leistung als die Menschen, die auf dem Vorgipfel behaupten, dass sie ganz oben gewesen wären. Es geht nicht unbedingt um Stolz und es geht nicht um Ehre, vor allen Dingen nicht mir. Wenn ich auf dem Vorgipfel umdrehe, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, dass ich auf dem Gipfel war. Nein, ich würde es definitiv nicht sagen. Ich würde sagen, dass ich den Vorgipfel erreicht habe, aber den Gipfel eben nicht. Ich war dafür zu schwach, zu müde, zu verängstigt, zu sonst was. Aber ich war nicht oben. Mingma Sherpa und sein 19-jähriger Bruder, die haben es geschafft und die dürfen dementsprechend auch stolz darauf sein. Aber genau diese Geschichte bringt mich letztlich auch auf meinen größten Kritikpunkt an dieser Vorgehensweise, nämlich die Entwertung der ehrlichen Leistungen. Mingma Sherpa und sein Bruder sind am Ende des Tages nicht genauso weit gekommen wie die hunderten anderen Bergsteiger im Laufe der Malaslu-Besteigungen in den letzten 40, 50 Jahren. Nein, sie sind um ein Vielfaches weiter gekommen, denn sie haben eine deutlich größere Herausforderung noch überwinden können, die all die anderen Bergsteiger nicht bereit waren zu riskieren oder nicht überwinden konnten. All das entwertet aber eben genau diese Leistung, zumindest in einer gesellschaftlichen Perspektive. Wer weiß, dass die Leistung deutlich größer war und deutlich schwieriger und die Herausforderungen deutlich komplexer waren, bei Mingma Sherpa und seinem Kollegen, der weiß auch diese Leistung zu schätzen. Aber die Menschen, die sich mit dieser ganzen Thematik nur am Rande auseinandersetzen, mit Bergsteigern aus den Alpen, die einfach nicht den Blick für den Himalaya haben, die werden sich denken, naja, alle Leute, die sagen, dass sie auf dem Gipfel waren, werden eben auf dem Gipfel gewesen sein. Mingma und der Kashif waren eben gleich gut. Das ist aber eben nicht die Faktenlage. Tatsächlich ist das eine Lüge. Eine Lüge, die eben darauf basiert, dass wir Menschen einfach alles erzählen können, wenn wir es ihnen einfach nur gut genug verkaufen oder sie ahnungslos genug sind. Eine verantwortungsvolle Position, die manche Menschen eben schamlos ausnutzen. Menschen, die etwas können oder die etwas haben, die einen gewissen Erfahrungsschatz haben, einen Wissensschatz haben oder gewisse Leistungen vorweisen können, die haben einen gewissen Respektsvorschuss bei den anderen Personen, die eben das nicht haben. Und genau diesen Respektsvorschuss, den können man relativ leicht verspielen, indem man eben solche Fehler macht. Und das sind Fehler, die vermeidbar sind, denn es sind lediglich moralische Fehler. Die Besteigung des Mannersloos ist eine große Herausforderung und ich habe einen Respekt vor jedem Menschen, der oben war, auch wenn er nur auf dem Vorgipfel war. Denn das nur steht hier unter Anführungszeichen. Doch der Respekt, der schwindet definitiv, sobald dieser Mensch behauptet, dass er auf dem Hauptgipfel war. Die Menschen, die den Mannersloos erreichen, sollten aufhören, ihre Vorgipfelerfahrungen als den Hauptgipfel zu vermarkten. Denn die Vermarktung einer Lüge macht eine so unfassbar große Leistung unfassbar klein. Ob die Besteigung des Mannersloos mit Fixseilen und auf der Piste genauso wertvoll und genauso eine großartige Leistung ist, wie wenn man ihn im Alpin-Stil besteigen würde, darüber lässt sich diskutieren. Und wie groß diese Leistung anhand der Fixseile überhaupt noch ist, auch darüber lässt sich streiten und diskutieren. Und da würde man mit mir wahrscheinlich nicht einer Meinung werden. Aber gleichzeitig ist es egal, wie gut und wie großartig diese Leistung war, denn die Leistung wird immer dadurch entwertet, dass man am Ende des Tages betrügt. Der Betrug entsteht nicht dadurch, dass er nur den Vorgipfel erreicht hat. Der Betrug entsteht nur dadurch, dass der Bergsteiger den Vorgipfel als den Hauptgipfel vermarktet. Und das alles mag keine große Sache für die Menschen da draußen sein, die das jetzt hören. Aber für mich persönlich ist es eine große Sache, denn ich möchte nicht betrogen werden. Egal, ob es mich betrifft oder nicht. Ich möchte auch nicht, dass andere Menschen dazu genötigt werden, sich selbst oder auch andere ihr Umfeld zu betrügen. Denn das ist eine Gesellschaft, in der ich nicht leben möchte. Ich möchte honorieren, wenn jemand den Kleinglockner erreicht und ich möchte genauso honorieren, wenn jemand den Großglockner erreicht. Nur diese zwei Leistungen zu vergleichen, das liegt mir ohnehin fern. Aber wahrscheinlich ist der Druck heutzutage so groß, dass man lieber lügt und sagt, dass man auf dem Kleinglockner war oder sagt, dass man auf dem Großglockner war, während man eigentlich nur auf dem Kleinglockner stand. Und das Risiko, entlarvt zu werden, immer noch besser ist, als zu sagen, dass man auf dem Kleinglockner war und dafür nicht die gewollte Anerkennung erhält. Das alles ist in Wirklichkeit ein größeres Problem. Das alles ist in Wirklichkeit eine gesellschaftliche Problematik, die so lang und breit diskutiert werden könnte, dass man gar nicht weiß, wo man ansetzen soll und wo man anfangen soll. Man weiß gar nicht, wer der Schuldige ist. Und das macht es auch am Ende des Tages so schwierig. Aber man sieht auch, dass sich dieses Phänomen durch alle Kulturen zieht. Die Asiaten, die Südamerikaner, die Nordamerikaner, die Afrikaner und die Europäer und wahrscheinlich auch die Leute in Grönland und Australien, all die besteigen diese 14 Achttausender oder versuchen, irgendeinen Achttausender zu besteigen und sehen sich mit genau dieser Frage konfrontiert. Es ist ein vollkommen interkulturelles Problem und Phänomen, dass wir Menschen, bevor wir ehrlich eine kleinere Leistung verbuchen, lieber uns eine größere erschummeln. Das alles sollte uns am Ende des Tages zum Nachdenken bringen. Bergheil. Bergheil. Bergheil.